Welchen Nutzen stiftet das Buch Erfolgreich mit Kooperationen und Netzwerken für Unternehmerinnen in Österreich? Also wir haben unsere Erfahrungen, unsere jahrelangen Erfahrungen in der Kooperation hier zusammengefasst und unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Gestaltung ihrer Netzwerke, sowohl im unternehmerischen als auch im sozialen Netzwerkbereich, mit unseren Erfahrungen und Beiträgen, Studien und dokumentierten Tools und Vorgehensweisen. Das Motto der Experts Group ist, alleine sind sie stark, gemeinsam stärker. Welche Aufgaben verbindet die Experts Group mit dieser Botschaft? Die Experts Group versteht sich als eine Gruppe von Experten, die sich mit Kooperationen und Netzwerken seit Jahrzehnten beschäftigt, die wissen, wie die Branchen ticken unterschiedlich, welche Bedürfnisse hier vorhanden sind und die auch Unternehmer dabei und Führungskräfte dabei unterstützen, diese Prozesse effizient, schnell und auf den Punkt gebracht. Unser Mehrwert liegt sozusagen in der Betreuung unserer Kunden und Klienten bei der Gestaltung eines Mehrwerts und bei der Realisierung dieser Prozesse auf den Punkt. In den Artikeln verweisen Sie immer wieder auf das Erfolgsgeheimnis von Netzwerken, also Wien hoch 3. Was bedeutet diese Erfolgsformel? Die Erfolgsformel Wien hoch 3 heißt, wir brauchen in erfolgreichen langfristigen Netzwerken eine Situation, die einen Wien für jeden Teilnehmer hat. Das heißt, Wien mal Wien mal Wien ist, jeder Partner gewinnt dabei und wir schaffen einen zusätzlichen Mehrwert für den Kunden und einen zusätzlichen Mehrwert für die Partner. Dann bleiben die auch gerne zusammen und arbeiten erfolgreich. Unser Buch hat sehr gute Beispiele hier drinnen, dass man sich auch vorstellen kann, wie wir zukunftsorientiert das gestalten. Und zukunftsorientiert heißt für uns aus den Studien, der Standort Österreich wird maßgeblich davon abhängen, wie es gelingt, überbetriebliche Kooperationen in Zukunft zu gestalten und weiter auszubauen.